Was geht ab Leute, Zane ist wieder da mit einer neuen Charakteranalyse zu einem Charakter, den wir im Grunde nur aus einer Coverstory des Mangas kennen und zwar Seemars. Ne, falsch rum, das ist ja spiegelverkehrt. Er ist der Captain der Weltraum Piratenbande und wir kennen ihn aus Enes Coverstory, als er sich auf dem Weg zum Mond machte. Er sieht aus wie ein großer stehender Kautschukfuchs mit irgendwelchen Art Messgeräten an seinem schwarz-rotem Anzug. Vermutlich handelt es sich hierbei um Druckmesser oder ähnliches, da wir uns ja mittlerweile im Weltall befinden und dort eben andere Druckverhältnisse herrschen als auf der Erde. Ach ja, und er hat einen Hut. Hut, Hut, das steht dem gut. Und der, dieser Fuchs ist einfach mal doppelt so groß wie Ene. Er sorgte auf dem Mond für große Explosionen, welche Professor Monschau auf der Erde sah und sich verschluckte und verstarb. Er attackierte ohne Grund die kleinen Spaces auf dem Mond. Dabei kämpfte er mit einem Speer. Da frägt man sich doch gleich. Eine hochtechnologisierte Alienrasse, die mit Lichtgeschwindigkeit von Planet zu Planet, vielleicht sogar von Universum zu Universum reisen kann. Und sie kämpfen mit einem Speer. Naja gut. Wobei eine interessante war da. Und zwar, als er mit einem, äh, mit dem Speer einem der Spaces aufspießte, kamen plötzlich Elektrofunken da raus. Hierbei ist jetzt natürlich die Frage, kamen diese Funken auf Spaceys Körper, weil es sich eben bei Spacey um einen Roboter handelt? Oder kann dieser Speer irgendwie Elektrogröße aussenden? Als er später mit dem Speer auch Ene traf, kamen auch wieder diese Stromfunken herbei. Plus, natürlich kann man sich das auch wieder anders einreden. Und zwar, dass es sich hierbei eben um Ene's Teufelskraft handelte. Die Mission der Weltraumcrew war, die Mondruinen von Birka auszugraben und vermutlich auch zu untersuchen und Schätze zu plündern. Vermutlich weiß man im All von einer legendären Stadt namens Birka, auf der es Technologie gibt, die es wert ist zu holen. Vielleicht antike Waffen? Vielleicht Teufelsfrüchte? Oder was anderes? Wir wissen es noch nicht. Vielleicht werden wir es erfahren, sollten die Strohhüte tatsächlich mal im All unterwegs sein und auf dem Mond landen, wovon ich wirklich ein großer Gegner bin. Ich brauche die Strohhüte wirklich nicht im Weltall. So please, oder please, guck mal. No, not the Space. Ähm, ja. Was auch ganz lustig ist, ich habe eigentlich nie gedacht, dass er, komm mit diesem Spielverkehr, nicht klar, dass er der Kapitän der Bande ist. Ich habe immer gedacht, das wäre dieser andere komische Fuchs mit diesem schwarzen Anzug und schwarzen Hut und Pistole und Schwert. Naja gut. Ob Vicky sei Dank, wurde ich eines Besseren belehrt. Ich hoffe auf jeden Fall, diese kurze Charakteranalyse hat euch gefallen, wenn ja, vergesst wie immer nicht den Daumen nach oben, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ein Abo da zu lassen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.